Mein Name ist Daniel Rölp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4 mit einem Schwachpunkt gewesen. In der letzten Folge haben wir ein bisschen wieder ungefähr hier die Gegend erkundet und das wird auch der letzte Part sein, wo wir jetzt erstmal random durch die Gegend rennen. Danach kümmern wir uns mal wieder um ein paar Missionen. Also ab 40, ab dem 40. Part geht's wieder los, keine Sorge. Ich muss mal wieder etwas Action erleben, nehme ich an. Ich glaube, wir gehen dann nach Fort Hagen rein, da sind wir ja stehen geblieben am letzten Mal. Aber in diesem Part geht's jetzt erstmal weiter mit Offscreen, trotz Kallenhaut. Ach Mann, was ist denn da los? Boah, ey. Das ist nicht. Ich komme dir an, ey. So. 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 Ich habe keinen Schaden, glaube ich, bekommen. Wir haben schon aus der Kirche, ne? Out. Ne, doch nicht. Da haben wir ja die einsame Kapelle. Ist sie wirklich so einsam? Ich glaube ja nicht. Hm. Weil meine Sachen haben alle so keine Effekte. Ist das Problem. Okay, ist ja echt nichts. Da ist auch schon, da liegt auch schon im Namen. Da ist doch irgendwie was. Busch. Ja. Da drin, zum Beispiel. Da geht wahrscheinlich Post ab, ne? Ah. Da glaube ich fünf, sechs Parts hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Sechs, sieben Parts ungefähr, wo wir ein bisschen durch die einsame Ödlein geeiert sind. Aber es hat sich gelohnt, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Da kann niemand sagen, dass ich jetzt unverbreitet bin für was, was irgendwann kommt. Nein, schon nicht. Ich habe 63 Stimpacts. Da kann ich auf jeden Fall eine Weile mit überleben. Und da haben wir schon was. Ähm. Komm raus und kämpft schon. Das war schon mal so langsam. Red to Red, was? Alter! Oh Gott! Was? Das ist nicht sehr leer passiert. Hm. Boah. Okay. So, wir dazu. Das war doch jetzt ein bisschen heftiger als gedacht. So, na warte. Nein. So, komm her. Der hat mir auf jeden Fall Schaden gemacht. Vielleicht die. Wenn ich dich erwische, bist du tot. jetzt. Heiner. Ding. Boing. Heiner. Wie läuft die denn da auf dem Ding? So. Wow. Die hat gute XP gegeben. Noch mehr Schütze oder so? Oh Gott. Ich nehme mal hier was mit. Wenn ich zur Not, wenn ich mal was noch wechseln will, was hab. Kacheri. Sehr gut. Oh, nochmal. So was hier. Du bist da auf einem schlechten Schwäger zu entdecken. Meine große Schwester Red. Red, hier ist Lily. Ja, tut mir leid Schwester, ich weiß nicht was passiert. Ich hab mich um den Eingang gekümmert, wie du es mir gesagt hast. Die kleinen Magen von Tom liefen den Turm weg und dann, äh, bumm. Mein Gesicht war voller Putz, dann war alles schwarz. Als ich aufwachte, war ich hier in der Beertown Bräuerei. Meins von Toms hässlichen Schlägertypen grinst du mich an. Bisher haben sie mich gut behandelt, aber ich glaube deshalb sind wir unsere Lebens... Ich glaube nur deshalb, weil sie unsere Lebensmittel war. Es gibt, äh, gib ihnen nichts Schwester. Ich werde einen Weg herausfinden. Lily. Oder Lil. Lily. Okay. An meine große Schwester Red. Du musst noch mehr Fancy Let's Kuchen schicken, sonst macht Tom kleiner als aus mir. Ich hab Angst. Der ist ziemlich furchteinflößend. Bitte schick noch mehr Kuchen. Denk an deine Schwester. An mich bitte hilf mir. Lily. Red, ich bin Silly. Ich weiß nicht wie lange ich mich noch am Leben lass, wie sie mich noch am Leben lass. Wenn du weiterhin diese lausigen Vorräte schickst. Russische Eier? Also bitte. Mein Leben steht auf dem Spirit. Ich hab gehört, wie sie sich darüber unterhalten haben, was sie mit mir machen, wenn die nächste Lieferung nicht besser ist. Das war nicht schon... Äh, das war's nicht schon. Keine Eier mehr. Lily. Okay. Na, tut mir ja leid, aber... Dir zuerst geschlossen. Außer jemand, der mich einmal getötet. Red Tourette's... Dingens. Maul! Verdammt. Äh... Kohl. Verdammt. Äh... Irgendwann mit L am Ende. Ne, warte. Irgendwann mit M-A-U. Ach, Mann. Ach. Ach, Mann. Ach. Was sind denn so Klammern? Ne. Noch mehr Versuche, wenn's geht. Geht. Ach, Mann. Ich mach' ein paar Klammern. Wo sind die Klammern? Da. Ach, Mann. Wollen wir Versuche. Dann gehen wir raus. Und noch mal rein. Sold. Okay. Ops. Kein Treffer. Schon wieder eine gleiche. Schon wieder nicht. Mann. Soll hat. Keb. Ah. Nein. Durch. Okay. Beentum Bastard. Äh... Etter ein paar von Toms Leuten geschnitten, als sie am Vordergang rum geschnitten haben. Wir haben sie gehört und es klang so als käme diese Reihenflüssigkeit. Da war ja nicht so gut. Das ist so gut an. Ne. Ist verschwunden. Turm der Turm. Hm, der Dreckska. Ich hab' versucht ein paar Leute rumzuhören, ich werde mir einen dummen Mixer... Aber da hab' ich nie gesagt. Ich hab' doch vorgelesen. Irgendwas stimmt nicht. Ich hasse diesen Namen. das weiß ja auch ich glaube irgendwas passiert im rekrutiert jede menge leute keine spur von lille die beantwortung meinte das lieber irgendwas zu sehen ist dann muss sie irgendwie ja okay aber deaktivieren immer an da wo dieser tom ist da geht die story sage ich mal weiter schaden wir im nächsten part weitermachen der story war ja noch irgendjemand 5 56er patronen man kriechen mal so eine vernünftige mg statt hier irgendwie so eine mafioso war so drive und sie sind die glaube ich ich glaube englischen namen deswegen da müsste eigentlich auch kampfgewehr ist da hat wir ja gar keinen sinn machen ja warum denn nicht wenn ich jetzt noch wissen wo der turm ist ich habe immer schon alles erledigt wieder auch nicht war aber wieder erste klamotten nirgendwo ist bad blutdose was da ist auch krank gerade hier noch ja demo verwässerung der sicherheit alle mitarbeiter diese eigentlichen sofort herrscht sicherheit wirklich sicherheitsverletzungen entscheidung an diesen ständigen voranlagen diesen ton zu errichten oder welchen gemacht wird er hätte sowieso nicht so öffnen können anscheinend wo ist die tür hier ich dachte ich habe hier noch nicht alles durchsucht hier zum beispiel ein safe auf experte oh gott also wie zu mein gott ach so ja bin ich gerade erst mal daran was gehört ich sage nicht von der turm ist da mag zwei hilfe sagt nicht die sind beide so auf den seiten gewesen den beiden seiten ich bin es nur Ist der einfach oder so ein Strom aus Feuer Brötzelt ausgezeichnet wir sind wie nix wir können auch gar nicht da stand doch schon abgeschlossen oder ich glaube ich oh gott ich bin schon darauf getreten ich weiß niemand hat aktiviert frage jetzt also bei ihr war ach noch kommt schon ab vorhin so gut so cool gar nichts oh man du schlägst mich von weniger schaden sich nach Kopfangreife doch das öl in wanz kappen ok erstmal zu ok dann gehen wir nochmal da rein ich weiß dass du hier bist ich werde dich festen zongi ist buff zongi ist buff ich habe mich diese waffe die ist so geil nein genau hier da hallo na hallo na da und da wenden mal ab danke mit der wache ne Ich werde hier fällig. Das wär's. Sprache. Ja, das muss ich mal in Luka-Cola-Sema reinpacken. Was war mein Platz? Mein Gott, flammende Entfernung. Okay. Wir gehen nur so viele. Was ist noch einer? Ehrlich? Nö. 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 ich bin jetzt noch nicht tot kotzwort ehrlich ich den platz war ehrlich schon wieder meine dinge hier verbraucht noch mal wir haben also ein bisschen ausrüstung aber okay es hat nur gegen rater gekämpft das gut oder schlechtes ich weiß es nicht hier ist ein bett also pennt hier noch jemand wahrscheinlich schnell jetzt aber niemand sie können doch bestimmt etwas ablegen dafür war das ich könnte was auflegen ja und hat hier gesagt ich will irgendwie bessere rüstung das war jetzt wasser berühren kotzer hat das ist nicht gesund für dich habe ich das gefühl jetzt sind wir auf einer seite ich dachte der tom typ ist hier auf der seite hier war kotz wird überhaupt annähernd dran irgendwie mal zu verrecken ich glaube auch nicht mehr muss die nummer an irgendwie wichtig ist hallo war ich ja schon ja klar wenn ich schon letztens da durchgegangen ja da fragte ich dachte wenn auch das war vor gewesen die atomo beru vermisst irgendwie so eine geile belohnung noch hier gegen wackelkopf oder ein magazin das wäre sehr schön fusions kein habe ich gerade bekommen das war auch nicht schlecht oder naja ich bin jetzt voll verwirrt das layer hier aus angeht keine ahnung wo ich hin muss und so okay was ist eure geschichte also auch nichts zu geben noch mal zurück hat er nicht irgendwie eine falle aktiviert aber das ist die letzte abzweigung anscheinend schon kommen wir ok also wer fertig und in der nächsten folge würde sagen machen wir story mäßig und weiter zum beispiel geben wir nach fort hagen oder hagen was auch immer weil da gibt es doch mäßig glaube ich weiter weil sowieso nicht wer mit so viele storylines machen können welche davon jetzt die offizielle ist weil ich jetzt nicht ich nehme an die von nick valentine ist die offizielle deswegen hallo ich hatte jetzt also doch noch was überlegen das ist das ding in mir oder was oh gott bist du denn da an alter hat mich die ganze zeit ab ok da war ich jetzt aber ehrlich gesagt keine lust hier weiter zu kommen habe ich jetzt ich habe mich die ganze zeit so krass ab also einfach alles kaufen dann habe ich ab löst du schießt mich ja wie blöd ab ich habe hier nicht raus kann und er tot und macht mich alle nett ich kann das wagen mal ein paar mich davon zu dass man ein paar zu Ende geht nemo da kann man glaube schon eferungen turmsteuerung ja sie sind jetzt weg er bringt sowieso gesellschaft tag ok da haben wir noch auf die schnauze lebst noch oder was bewegt ja du kommst du merk den parker in verdammt du lebst aber noch nicht bewegt zum verdammter dreck war was hat jetzt wer lust bei wo ist jetzt fertig wenn noch jemand auf die fresse den ganzen tag machen dann zum tag niemand mehr okay also war auch fertig sehr gut gut dann wenn ich jetzt im part hier und dann sehen wir uns in der nächsten folge von let's play ford auf 4 ich bleibe mich alle zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge